Hallo und herzlich willkommen zu den Droopies 72 News. Ich habe da was vorbereitet. Ich habe mir ein Tablet mal zugelegt. Ist zwar nur ein billig 90€ Live-Tab von Medion, aber egal, es funktioniert. Und ich habe mir gerade auf ein paar Notizen gemacht. Fangen wir erstmal an. Ja, Intro war ja gerade, habe ich mir hier auch aufgeschrieben. Und wir fangen direkt mit dem ersten Punkt an. What the fuck ist mit euch los? 600 Idioten haben mich abonniert. Ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht, was sie sonst an keinen Hobbys haben, warum sie das machen. Ich verstehe es selber nicht. Also deswegen Mut ab. Ich weiß nicht warum ihr es gemacht habt, aber ihr habt es gemacht. Vielen, vielen, vielen Dank für 600 Abonnenten. Es hilft mir echt weiter. Und bald werden es hoffentlich auch noch mehr, wenn hier mein Setup fertig ist. Ihr seht schon einige Teile davon. Ich komme da gleich noch mal drauf zurück. Häkchen. So, kommen wir zum nächsten Punkt. YouTube ist scheiße. Ne, jetzt ernsthaft. YouTube hat mir von dem Video, was in zwei, eineinhalb Stunden rauskommt, und zwar eurem, eurem, Spezialvideo, hat es den Upload dreimal abgebrochen. Das heißt, ich musste es jedes Mal neu hochladen. Es hat es immer bei ungefähr 50% abgebrochen. Das heißt, es dauerte Ewigkeiten, um es wieder hochzuladen. Dann war für zwei Stunden heute Morgen mein Videomanager nicht verfügbar, dass ich das Video nicht einrichten konnte. Und dann konnte ich heute noch nicht über meinen Computer auf Google Plus gehen, über die Julepeace-Gruppe, weil da die gesamte Zeit mein Konto auf die Blackpeace-Gruppe zurückwechselt. Das ist natürlich scheiße. So, dann haben wir das Neue. Ich gehe heute um 17 Uhr zu HEQ24 in der Halshof. Mein neuer Rechner. Vielen Dank an unseren Sponsor HEQ24. Und meine Damen und Herren, HEQ24 hat momentan im Angebot das Asus Pad Phone 2 für nur 739 Euro. Pad Phone 2 ist wie ein Tablet, wo man das hinten rausnehmen kann. Dann hat man so ein separates Handy und das Tablet ist dann... Dann kann man das Handy wieder reinstecken, dann hast du das Tablet wieder. Bitteschön, das ist die Werbung, die ich machen soll. Vielen Dank an die Unterstützung von HEQ24. Und mein Setup, die Riste, werde ich öffentlich stellen, sobald mein Rechner da ist und in Betrieb ist. Das heißt, ihr könnt euch ja den Rechner da auch bestellen und so zusammenstellen lassen. Und ja, dann kommen wir direkt zum nächsten. Das soll nur eine kurze Folge von Julepeace News werden. Die soll aber regelmäßig kommen. Haben wir hier die ersten Bilder vom Blackpeace 72 3.0 Setup. Jetzt sagt mir nicht, dass das kein Platz wäre. Hier vorne ist nochmal so ein Schreibtisch. Also ich habe hier einmal ringsrum einen Schreibtisch jetzt. Da kommen drei Monitore hin. Da unten drunter kommt mein Rechner. Hier sind so Boxen drunter. Wenn ich mal gerne aufmachen kann, das sieht man für euch eh nicht. Da kommt mein alter Rechner rein. Und ja, wird glaube ich ganz genau okay, ne? Ja, was haben wir noch? Ich meine, ich muss mir mehr Themen fürs nächste Mal aufschreiben. Ja, das sind die ersten Bilder vom Setup, was ich bekomme. Das 1.0 Setup war da unten. Das 2.0 Setup war nur da hinten in der Ecke. Und jetzt kommt hier das 3.0 Setup. Ist momentan noch im Status 2.5. Weil mein Rechner noch nicht da ist und ich noch nicht komplett aufgebaut habe. Da unten liegt noch ganz schön viel Scheiße. Hier kommt noch meine Musikanlage und alles hin. Ja, wird aber glaube ich ganz lustig, meine Damen und Herren. Ja, dann, es werden ab sofort 3 Videos täglich hochkommen. Wenn ich meinen neuen Rechner habe. Einmal um sie auf jeden Fall. Dann ETS 2. Und eins, was ihr euch aussuchen könnt. Also schreibt mir Video vorstellen. Ich brauche Themen. Ich brauche Spiele. Schreibt mir irgendwas, das ich überhaupt wieder beleben muss. Das war als Mini-Let's Play kam das mal so gut an. Das muss ich auf jeden Fall nochmal spielen. Ja, und ich würde sagen, nochmal vielen Dank an 600 Abonnenten. Abonnenten. Das sind fucking viele Leute. Bier. Da steht Bier. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt lesen könnt. Wer hat da Bier hingeschrieben? Bier und dann würde ich sagen, Auto. Eh, ne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Episode von Julpi's 72 News. Bis dann. Tschööö. Bier. Nein. Disney Unstrom man Rigots. Vielen Dank.